Wie bist du zum Basketball gekommen? Mit 14 habe ich meinen Schulsportlehrer angesprochen, aufgrund der Größe, und habe mich überredet, Basketball anzufangen. Ich denke, Versicherungsvertreter, weil man da ein bisschen was mit den Leuten zu tun hat. Was ist das für dich? Natürlich danke. Was ist das für dich? Weil ich es natürlich auch kenne, wenn man abverteidigt wird und keine Punkte machen kann. Das nervt richtig. Und das ist super, wenn man es dem Gegenspiel anschauen kann.